Welche Auswirkungen hat Diabetes auf die Lebenserwartung? Die Auswirkungen von Diabetes auf die Lebenserwartung sind ungünstig. Im Allgemeinen hat eine Person, die an Diabetes leidet, eine geringere Lebenserwartung als eine Person, die frei von der Krankheit ist. Die Lebenserwartung von Personen mit dieser Krankheit kann weiter gesenkt werden, wenn sie neben Diabetes andere Erkrankungen haben. Beispielsweise kann eine Person, die sowohl an Diabetes als auch an einer Herz- oder Nierenerkrankung leidet, eine geringere Lebenserwartung haben als eine Person, die allein an Diabetes leidet. Darüber hinaus beeinflusst die medizinische Versorgung, die eine Person erhält, auch ihre Lebenserwartung, da eine Person mit gut verwaltetem Diabetes eine gute Chance hat, länger zu leben als eine Person, deren Diabetes nicht ausreichend behandelt wird. Chronische Erkrankungen können die Gesundheit einer Person beeinträchtigen, und Diabetes ist keine Ausnahme. Leider kann eine Diabeteserkrankung die Lebenserwartung einer Person um mehrere Jahre verringern. Die Lebenserwartung kann jedoch durch viele verschiedene Dinge beeinflusst werden. Zum Beispiel können Alter und Geschlecht einer Person ihre Lebenserwartung beeinflussen, auch ihr Lebensstil und ihr Beruf können diese Zahl beeinflussen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Lebenserwartungsstatistik nicht genau vorher sagen kann, wie lange eine Person leben wird. Einer der Faktoren, die die Auswirkung von Diabetes auf die Lebenserwartung beeinflussen können, ist das Vorhandensein anderer Erkrankungen. Menschen mit Diabetes und einer anderen chronischen Erkrankung können die Lebenserwartung herabgesetzt haben. Zum Beispiel können sowohl Diabetes als auch Herzerkrankungen die Lebenserwartung einer Person verringern. Gleiches gilt für andere Krankheiten und Zustände, die die Gesundheit einer Person schädigen und zu anderen Gesundheitsproblemen führen können. Sie umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Erkrankungen wie Nierenerkrankungen, Bluthochdruck und Krebs. Die Auswirkung von Diabetes auf die Lebenserwartung kann auch durch die Qualität der Pflege beeinflusst werden. Eine Person, die eine regelmäßige, qualitativ hochwertige Behandlung erhält, kann normalerweise davon ausgehen, dass sie länger lebt als eine Person, die keine Behandlung erhält, vom Behandlungsplan ihres Arztes abweicht oder eine unzureichende Behandlung erhält. Darüber hinaus kann die Dauer einer Diabeteserkrankung vor der Behandlung auch seine Lebenserwartung beeinflussen. Personen, die über einen längeren Zeitraum an unbehandeltem Diabetes leiden, können dauerhafte Gesundheitsschäden erleiden, die ihr Leben verkürzen können. Interessanterweise kann die Auswirkung von Diabetes auf die Lebenserwartung auch mit Fettleibigkeit zusammenhängen. Personen, die an Diabetes leiden und an Fettleibigkeit leiden, können die Lebenserwartung herabsetzen. Dies kann zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass Fettleibigkeit das Risiko einer Person erhöht, andere Bedingungen zu entwickeln, die die Lebenserwartung senken. Beispielsweise kann eine Fettleibige Person, die an Diabetes leidet, auch ein höheres Risiko haben, an Bluthochdruck und Herzerkrankungen zu leiden.